14 12 13 16 15 15 16 14 15 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 Ja, muss ich eben jedes Mal da ranzpringen. 5, 4. Äh, okay. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Der verdammte Narr hat auch den Verstand ver... Ja, du mich auch. Hä? Jetzt bin ich ja wieder hier. Ach, das ist er ja auch. Okay. Einen hätten wir. Den zweiten hätten wir, glaube ich, hier. Alle Ziele wurden eliminiert, okay. Äh, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Ja. Altair, ihr konntet die, die mich kannten, loswerden. Ja. Exzellent. Hier ist alles, was ich über Talal weiß. Er ist ein mächtiger Sklaventreiber, der in Gebieten nördlich der Stadt besetzt, nahe der Barbacane. Er zahlt den Stadtwaren Tribut, damit er in den Schatten operieren kann. Aber nach dem, was ihr mir heute gezeigt habt, bin ich sicher, dass er dasselbe Schicksal erleiden wird wie die anderen. Ich danke euch, Altair. Perfekt. Okay, so, was machen wir denn als nächstes? Befragung. Da ist Taschendiebstahl, der nicht so richtig funktioniert hat. Bürger treffen. Treffen. Oh, die ist schlecht. Komm, machen wir den Aussichts, wo wir gerade schon mal hier sind. Die Schützfutter ist hier oben. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Wie gesagt, weil ich Spaß an der Freude habe. Da hinten, da ist einer. Ist das wirklich der Aussichtspunkt da? Wo fliegst du denn hin, Adler? Das ist, das kann ja nur der sein, ne? Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückflagen. Ne, da komm ich nicht hoch, dann ist der nicht. Wo zum Geier ist dieser Aussichtspunkt? Wir müssen hier um eine Warnung drüber bringen. Sollte Richard Duffer einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Ah, da ist noch eine Flagge. 38 Meter. Da hinten ist einer, aber da ist auch einer, aber... Hä? Wo fliegt der denn hin? Der umkreist? Was umkreist der denn? Ich denk doch mal hier. Hm. 38, 39. Ja, du sollst nicht dahin, du sollst dahin. Bin ich blöd, den zu finden? Ich glaube nicht, dass ich... Ach, da ist noch eine Flagge. Aber ich glaube nicht, dass ich doch kann nicht. Oh, jawoll. Ey, wo fliegt dieser Adler denn lang? Da hinten ist ein Aussichtsturm. Den nehmen wir jetzt mal. Ups. So. Äh, ja, da muss ich hin. Aber ich glaube nicht, dass ich das packe. Oh, ho, 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 ho. Shit. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, hab ich. Auf YouTube, weißt du. Äh, ich häng fest. Und alle, hopp. Es ist zwar jetzt nicht... Was? Aha. Das ist ja jetzt zwar nicht der, äh, Aussichtspunkt, den ich markiert hatte, aber es ist einer. Und das ist die Hauptsache. Jo, und doch, ich bin dein Neuer. Ich komm jetzt öfters. Wo war jetzt nochmal, äh... Ne? Ach, da. Endlich haben wir mal einen. Und tschüssi, Koski. Fünf von neun, vier brauchen wir noch. Jo, das wird nochmal als nächstes. Wo sind wir denn? Da sind wir. Ach komm, da retten wir eben mal einen Bürger. Ja. 37, 38, nein, das ist falsch. Ach, halt, halt, du schei an. Ja. 43. Da lang. Stirft, die. Ich hör sie schon. Nein, ihr versteht es nicht. Ich glaube, 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 ihr versteht es nicht. Angeber. Das kostet dich den Kopf. Das kostet dich den Kopf. Ja, ihr wiederholt euch. So. Perfekt. Schön, dass ihr jetzt hier fängt. Ja, danke. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Also ist ein Mörder. Ich schulde. Ja. Hier ist ein Mörder. Ja. So. Okay. Okay. Dann nehmen wir jetzt als nächstes. Noch eine, Mörder. Okay. Wenn wir direkt mal hier sind. Ne. Nee. Dann gehen wir falsch. Hä? Okay, ist das eventuell, ups, 60, 62, 64, ist das oben? Da komme ich nicht hoch, ne? Doch, da komme ich hoch. Aber da lang. Das ist ja echt jetzt blöd markiert, äh, 55, 55, 54, 55, ja was denn nun? Ah, hier lang. Oh, aua. Oha. Hä? 14. Das war hoch. Doch, das ist jetzt aus uns nur der Ergiejagd. Warum tut ihr das? Warum tut ihr da? Warum tut ihr Hilfe? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Doch. Geh schnell. Ich brauche Hilfe. Warum tut ihr da? Aus dem Weg? Und ich entchol mir deine Kraft. So. Jetzt gibts auf die Knabberleinste. Oh, ich glaube, ich krieg vor's Maul. Und der nächste wieder Wow Okay Okay, gut Ich würde mal sagen, wir machen jetzt den Taschendiebstahl Obwohl Was haben wir hier? Befragung, kommen wir mal in die Befragung 120 119 Na, bis dato Läuft's hier ganz gut Sorry 40, 43, 42, 40 Wir gucken, wie lange die Dings jetzt dauert Ah, gut Na, dann gehen wir mal schön in eine kleine dunkle Ecke, wo ich dich ein bisschen zusammenschlagen kann So, komm her Au Ich habe euch nichts zu sagen Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott Es ist eure Wahl Ihr werdet dein Werk nicht zunichte machen Das könnt ihr nicht Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor Reise? Wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus Und wenn die Zeit reif ist Werden sie nach Akon verschickt Wo ist dieses Lager? Und warum Akon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss Mehr nicht So ist es sicherer Für ihn vielleicht Aber nicht für euch Ja, perfekt Die Befragung haben wir also abgeschlossen Was machen wir denn als nächstes? Das Büro ist direkt hier, okay Taschendiebstahl Ne, machen wir jetzt mal Missionsziele Ach, wir haben ja nur noch den Taschendiebstahl Okay Optionale Ziele Alle Ziele Okay Ihr nachvollziehende Beende Kehren sie zum Büro zurück Um mit den anderen Erinnerungen zu beginnen Wenn sie möchten, können sie vorher Blablabla Äh, ja natürlich Will ich vorher noch ein paar Leute Leute retten und so, ne 160 Meter Okay Noch 100 Meter So, noch 81, 82 Ihr seid hier nicht erwünscht Geht Kommt nicht näher Ich mach aus dir Hackfleisch Sag ich doch Nein, du sollst nicht die Mauer Du sollst nicht die Leiter Autsch 60 63, nee 58 57 Seltsam Wie seltsam Was ist seltsam Da unten ist ein Aussichtsturm Punkt Ach, hier ist ja, äh, direkt Hab ich jetzt aber keine Lust drauf Weil ich Und wappnet euch gegen eure Feinde Ein jeder so wie er kann Ist doch verrückt Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land So Seid gegrüßt, Freund Ihr seht gut aus Ich würd mal sagen, hier rein, ne Hau, das ist ja hier Nein 15 17 18 Sorry Ach, hier So 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 viele gegen ein Was Ihr seid ja immer richtig gemein Oh oh Noch 2-1 Ein Treffer noch Und ich bin tot Boah, alter Sollten Sie einen Tumult verursachen Ist es ratsam des Gewichts Okay Ich weiß, dass meine Nachforschungen beendet sind Mal mit den Taschenteam starten Der hat eben missglückt ist Ja Und ich bin tot Mit der Es ist Ja Es ist Und ich bin tot Es ist Und ich bin tot